Die IFSOMMERAKADEMIE ist wirklich so etwas wie ein kleines musikalisches Paradies für uns Lehrende und hoffentlich auch für unsere IFS-Studierenden. Eine Woche lang machen wir zusammen Musik und erleben am eigenen Leib, dass eine Arbeitswoche im Sinne des Wortes Freizeit sein kann, was unsere Studierenden uns auch immer wieder ausdrücklich bestätigen. Man ist frei von den üblichen Ablenkungen, erlebt die eigene ungestörte Aufmerksamkeit als etwas enorm kraftvolles und befreiendes und genießt das musikalische und menschliche Zusammensein mit den anderen Frühstudierenden, die man noch mehr als an den normalen Unterrichtswochenenden und sehr wohltuend als Gleichgesinnte erlebt. Diese jungen Leute sind zum Glück sehr verschieden, aber was sie eint, ist die Liebe zu ihrer Musik. Und die betrachtet man auf der Sommerakademie angeregt und unterstützt von international tätigen Dozenten und Dozentinnen aus den verschiedensten Blickwinkeln und kommt dabei zu den wirklich schönsten Ergebnissen, die mich selbst immer wieder überraschen. Der große Improvisations-, Kompositions- und Tanzworkshop, das Orchesterkonzert mit Yves-Solisten und Solistinnen und die abschließende Kammermusik-Martiné belegen in wirklich eindrucksvoller Weise, was in kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden kann, das Unmöglich Scheinendes doch möglich wird. Wenn alles passt, ist diese Akademiewoche so etwas wie ein menschlich-musikalisches Gesamtkunstwerk. Ein echtes Glück, wenn das gelingt. 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 Applaus Applaus